Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Wir sehen die Stadt Nr. 3, die Vortrag heißt Spikers! Und es muss sich Abwände leisten. Das hat mich so ganz schön am Tag angesagt und so hinkebein, lässt die Mädels allein tanzen.